Nur eine Sache habe ich tatsächlich mitbekommen, das sind so zwei schwarze Brüder oder was sie sind, die nennen sich Black Bros und ich muss ehrlich sagen, diese zwei Vögel, die spiegeln wirklich die heutige Jugend wieder da, so sackehohl wie die zwei sind. Wir, wie gehen die heutige Jugend wieder da, wenn wir hohl sind, ne, dann musst du nicht wissen. Bruder, wir sind toll, ne, wir sind toll, Digga, der, der Mann sagt, wir sind toll, Digga, dieser Mann hier, guck mal, dieser Mann hier, der immer, wenn er irgendwie Videos dreht, drauf ist und irgendwelche Sachen macht, die nicht normal sind, guckt ihn euch an, guckt ihn euch an, guckt ihn euch an, wenn ich dich kurz unterbreche, was hast du gesehen, hast du... Digga, es ballert zu krass, Digga, er sagt, wir sind toll. Ich habe sowas selten gesehen, selten dumm. Wenn Dummheit wehtun würde, dann würden die unterm Teppich Fallschirm springen. Nein, nein. Versprochen, ich bin schlauer als so, so, versprochen, Digga, er war eben... Versprochen, ich bin schlauer als so, was willst du machen? Digga, er meint jetzt auch noch ernst, dass sie dumm sind, sagt er, Digga, ne? Hä, ich dachte, warte mal, ich dachte, er redet ja darüber, über die Reaction von uns. Ja, ja. Musik ist ja Geschmackssache und wenn wir sagen, der Song ist schlecht, warum sagt er eigentlich, okay, ist euer Geschmack? Weil, der Song ist... Warum sagt er, wir sind dumm?